World Wide Wrestling ist ein Erzählrollenspiel über das Spektakel und die Action der Welt des Professional Wrestling. Es geht um erbitterte Fäden zwischen überlebensgroßen Figuren, umkämpfte Gürtel, Intrigen, Verrat und den gerechten Sieg des Guten über das Böse oder umgekehrt. Ob eure Geschichten zünden und eure Wrestling-Liga Erfolg hat, darüber entscheidet aber letztlich das Publikum. Die Spielrunde übernimmt die Rollen der Stars einer Wrestling-Promotion. In einer Sitzung spielt ihr eine Folge eurer Wrestling-TV-Show durch, komplett mit Promos, Interviews und natürlich Matches. Wenn ihr mehrere Sitzungen spielt, entwickeln sich eure Storylines, eure Wrestler und eure Promotion weiter. Dramatische Wendungen wie Titelwechsel, Heel-Turns oder Tag-Team-Splits sind vorprogrammiert. World Wide Wrestling ist powered by the Apocalypse, funktioniert also ähnlich wie Dungeon World oder Mythos World. Die Spielrunde kann aus 15 verschiedenen Gimmicks wählen, vom Veteranen über das Monster bis zur Technikerin oder dem Jobber. Die kreative Leitung übernimmt das Booking der Sendung, aber wie immer bei PBTA hat die Spielrunde einen grossen Einfluss darauf, was tatsächlich geschieht. Ihr spielt, um herauszufinden, was passiert und tut dann so, als wäre es schon immer so geplant gewesen. Wie im richtigen Wrestling. Die einfachen Regeln kümmern sich wenig um Sport-Simulation, sondern sind auf die grossen Story-Momente des modernen TV-Wrestlings ausgelegt. Promos, die den Einsatz von Matches verändern, Interaktion mit dem Publikum, Eingriffe von aussen und natürlich alle möglichen Match-Arten vom Rumble bis zum Hardcore-Match. Auch im Ring selbst wird weniger darauf gewürfelt, ob ein Wrestling-Move gelingt, sondern darauf, wer gerade die Kontrolle über das Match und damit auch das Erzählrecht hat. Damit ist World Wide Wrestling sowohl für Rollenspiel-Fans geeignet, die wenig Ahnung vom Wrestling haben, als auch für Wrestling-Fans, die wenig Ahnung vom Rollenspiel haben. Steigt in den Ring und zeigt, was ihr drauf habt.